Manchmal wäre es doch praktisch, wenn man auch in Zoom die Fenster mit den Einstellungen und allem teilen könnte. Weißt du was? Das geht sogar. Moin Moin, ich bin Sebastian. Wenn du mehr über Tools & Empowerment erfahren willst, dann abonniere diesen Kanal, um nichts zu verpassen. Zoom ist toll und kann extrem viel, das wissen wir alle. Wenn man aber jemand anderem etwas erklären will, wie er etwas in Zoom machen kann, ist das oft nicht leicht, da Zoom standardmäßig seine eigenen Fenster nicht teilt. Es geht aber. Die Einstellungen hierfür sind etwas versteckt, aber lass mich dir mal zeigen, wo sie sind und auch noch einen Tipp geben, auf was du unbedingt dann achten musst. Du musst auf die Zoom Homepage gehen, auf dein Konto, Einstellungen, In-Meeting-Grundlagen und hier Zoom-Fenster während der Bildschirmfreigabe anzeigen, aktivieren. Wenn du das Zoom-Programm offen hast, einmal schließen und neu starten. Und schließen heißt wirklich komplett schließen. Schau rechts unten in Windows zum Beispiel, ob Zoom nicht noch läuft im Hintergrund. Dann im Zoom-Programm auf dein Profil und Einstellungen und unter Bildschirm freigeben, die Option Mein Zoom-Fenster bei der Bildschirmfreigabe anderen Teilnehmern anzeigen, aktivieren. Wenn du nun deinen kompletten Bildschirm teilst, sehen die Teilnehmer auch deine Zoom-Fenster. Ein wichtiger Tipp, du musst aufpassen, dass die Teilnehmer nicht verwirrt sind, wenn sie plötzlich zweimal die Zoom-Leiste sehen, nämlich deine und ihre eigene und dann nicht wissen, auf welche muss ich klicken. Lieber hingehen und den Haken im Zoom-Gleit nur aktivieren, wenn man weiß, dass man dieses Mal in diesem Meeting es wirklich braucht. Und weißt du eigentlich schon, dass du auch ganz einfach PowerPoint-Präsentationen in Zoom teilen kannst und dich dabei selbst zu einem Teil der Präsentation machen kannst? Wenn nicht, schau dir unbedingt mein Video dazu an. Die Funktion ist der Hammer. Und wenn mein Video dir gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und abonniere meinen Kanal, damit du nichts verpasst. Und wenn man da, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen